Jo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video und zwar bitte schalt nicht weg, das wird nicht so ein scheiß Video wie das mit dem CPU. Und zwar, ich wollte nur sagen, ich möchte gerne das Labervideo um einen Tag verschieben, weil meine Augen gerade nicht wirklich fähig sind, irgendwie durchzuhalten, wenn ich das schneide. Also ich habe gut 80% des Videos fertig, könnte das theoretisch heute Abend noch hochladen, aber ich möchte gerne ein bisschen Qualität bieten und deswegen möchte ich das gerne ein bisschen später hochladen. Und ich spreche dich jetzt als Zuschauer an, also ich möchte gerne das Video später hochladen und das Gute dabei ist, du wirst auf jeden Fall bessere Qualität zu sehen bekommen, wenn ich das Video einen Tag später hochlade. Ja, das ist alles das, was ich sagen wollte. Es tut mir wirklich leid, dass ich das heute nicht schaffe. Es gibt noch ein paar andere Gründe, aber hauptsächlich sind es wirklich meine Augen. Also, eine Sache wollte ich noch und zwar, wer kann sich noch an dieses T-Shirt erinnern? Also das ist, ja, das habe ich beim Tuber Day getragen. Früher hieß ich noch Kilgore Street Magic. Ich mache das am besten mal so, dann sieht man das, Kilgore Street Magic. Das ist so ein richtig billig verarbeiteter, ja, Pullover, sag ich mal. Also im Grunde ist er schon gut, aber so das Design und so, das ist richtig billig eigentlich gehalten. Und, ja, wer sich daran noch erinnern kann, gerade, ich glaube, ich weiß, wer sich daran erinnern kann, und zwar Nougat-Shirtte. Schreib doch mal unten in die Kommentare, ob du dich noch daran erinnern kannst. Und, ja, was wollte ich noch sagen? Ne, das war's eigentlich. Ich wollte nur fragen, wer sich halt noch an dieses T-Shirt erinnern kann. Das habe ich durch Zufall wiedergefunden. Und, ja, mehr wollte ich gar nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Haut raus. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Und, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.